Untertitelung im Auftrag des ZDF Die Maulzeit wird hier verletzt und hergelegt. Und hier ist Schöpflügel von Kofot, und hier ist die Verabschiedung von Silberwindel am Obermaulzeit. Das sind alle Einglade. G2, mit der Nummer 5 begrüßen wir die schießende Waldhexer. Mit der verehrten Oberax, Stefan Buncu. Jetzt geht es weiter mit der Staffel Nummer 8. Die sind bereits am 6. Mal hier, wenn wir die Rutsche zu haben. Begrüßen wir den 14. Die Rutsche hätte auf Böcke gehen. Jetzt geht es weiter mit einer sehr großen Gruppe, die bereits zum 24. Mal hier im Schwerdschritt mit Mark Modo ohne Fasnet ist die Welsergruppe. Die Rutsche ist ein Trau, Gott nicht mehr lang, jetzt wird sich blau. Geh auf! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Ja doch, du eigentlich! Ja! Meine Schau der Alte, jener ist tot geworden, weil du ein Zähl, die Änderung und keine. Hallo! 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 Ja, bei denen hab ich jetzt gleich gedacht, dass ich jetzt gleich wieder mit einer Gruppe Da geht es auch schon mal wieder mit einer Gruppe, die zum 6. Mal hier in Schwäbisch bündelt. Ja! 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 Das war Zweite mit einer neuen Gruppe zum ersten Mal hier in Schwäbisch-Bürttemberg. Herzlichen Dank für Euren Beitrag. Und wir wünschen Ihnen auch viel Spaß. Ich bin begrüßt mit mir die Landeier aus Spreibach. Ich bin begrüßt mit dem Koti und Claudia Schlosser. Und an dem ich den Bündel noch erzähle, der Inga Anodi. Ich bin grüßt mit dem Koti. Und wir wünschen Ihnen auch viel Spaß. Ich bin grüßt mit dem Koti. Ich bin grüßt mit dem Koti. Mit der Oberhebs, Gary Wienmann. Dieses Mal jetzt wieder fast verschoben. Dazu das passende Motto. Die Schlafwütze. 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 Schlafwütze! Schlafwütze! Lachwütze! Schlafwütze! Wieder bei die Zimtgabe Blue Light Angels. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020